Willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe mit Rikus Zellos und einigen Zuschauern. Hallöchen! 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 Ja, ohne Teams. Wir machen mal Computer in Schwierig. Wir rennen und... Joa, gucken einfach mal... Just do it! Ja. 150! Reden ein bisschen Schwachsinn. Keine Ahnung, vielleicht schanzen wir auch. Ah ja, ich habe genug Schwachsinn geredet. Ich bin fertig für heute. Okay. Wann wird denn eigentlich die Folge rauskommen? Ist das schon zu unserem zweijährigen Barry? Weißt du das schon? Welche Folge meinst du? Ja, die Folge hier, die wir jetzt aufnehmen. Ich weiß nicht, wie viele wir noch im Voraus haben. Wir haben diese Aufnahme hervorgezogen, weil ursprünglich war ich ja heute gar nicht eingeplant, müsst ihr wissen. Stimmt. Willst du heute feiern? Ja. Aber Frau hat gesagt, ne, streben ruhig. Ich wollte lieber ihre Ruhe haben an diesem besonderen Tag. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe den schon jeden Tag, lass mich bloß in Ruhe. So ungefähr. Ich denke, es ist genau so gewesen. Ja, ich glaube auch. Also, das ist durchaus realistisch. Also nicht so ungefähr, sondern wirklich genau. So von wegen so, ne, heute muss es nicht sein. Ich denke da, ich habe ihn sonst noch nicht an der Kippe. Ich muss mal was loswerden, was mich einer, ich weiß nicht, ob es ein Troll war oder jemand, der einfach immer stiller Zuschauer ist. Ja. Hat mich gefragt, warum ich, hat wirklich gefragt, warum ich wochenlang immer die gleichen Klamotten anhabe in den Mario Kart Aufnahmen. Das hat den Grund, weil wir die im Voraus aufnehmen mehrere Wochen. Vielleicht, vielleicht, ähm. Ich glaube, wir müssen jede Folge uns umziehen, oder? Ich meine, es gibt ja tatsächlich Leute, die immer das Gleiche haben, oder? Ja. Also, ich habe tatsächlich vier Pullover jetzt mittlerweile. Einen habe ich geschenkt bekommen. Du hast mehrere Pullover? Ja. Vier Stück habe ich. Ich habe gar keinen. Du hast keinen Pullover? Das sind nur Jacken. Ich mache hier immer Bodypains, ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich trage immer Bandjacken eigentlich, also von daher. Ja, ist ja auch quasi ein Pullover, oder nicht? Es ist ne Jacke. Es ist eine Jacke. Okay. Das ist völlig anders. Das heißt, wenn Herbst ist, ziehst du ein T-Shirt und ne Jacke an? Das ist ne Art Strickjacke, könnte man sagen. Also, ein Strickpullover. Ah! Die Jacke! Bin voll in die Haut noch, okay. Nee. Alles aber eigentlich, an der Stelle, das ist doch die Konsequenz. Wir müssen jetzt eigentlich jede Folge, müssen wir was anderes anziehen. Ja. Damit es ganz klar deutlich ist, wir nehmen das jahrelang später auf. Das, was wir jetzt hier machen. Ja. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind gerade Verhandlungen darüber, ob die DDR geschlossen wird. Ja, genau. Richtig. Das steht noch nicht ganz fest, ob die Mauer wieder geöffnet wird, aber Gerüchteweise, Gerüchteweise wird die Mauer bald eröffnet. Wollte Mauer aus Speck. Mauer aus Speck, da wär ich voll dabei. Aber bitte dann auch so richtig Bacon-mäßig. Ja, ja. Natürlich. Mein Freundin hat letztens Pancakes gemacht. Oh, geil. In die Pancakes hat die getratenen Bacon eingearbeitet. Alter. Ey, Leute. Geht ab. Boah, im Himmel einfach nur. Boah, im Himmel. Wir hatten letztens auch mal Pancakes. Nee. Nee, hattest du nicht. Doch. Größer Rikos. Nee, Rikos, schnell. Du bist Asteroid. Oh Gott. Ich will noch mal dritter werden. Aber der Barry ist vor mir. Wie komm ich an dem Barry vorbei? Was haltet ihr eigentlich von diesem Spiel Pong? Ja, Pong ist ja ein Spiel, was nahezu neu erschienen ist. Ja, ich hab auch dieses Asteroid probiert. Lass mich raten, das hat Affenzorger gefragt. Ja. Ich erkenne ihn mittlerweile an seinen Kommentaren. Ja, seinen Kommentaren erhebt man schon. Also mir ist Pong zu komplex. Also. Ja, ja. Ich bin noch nicht ganz. Ich weiß, ich sehe das nicht so gut. Ja. Ich bin noch nicht so ganz dahinter, was die Meta bei Pong genau ist. Ja. Ob man den Ball nach oben schlägt oder nach unten. Und ob man den linken oder den rechten nimmt. Ich glaube, das sollte wirklich scharf angeschnitten werden. Dann kommt der Gegner nicht damit klar. Aber ich glaube es nicht. Anschneiden, das geht? Ja. Was denn? Ja, indem du es halt nur an der Ecke erwischst. Ja. Also quasi fast daneben triffst, sozusagen. Ja. Ja, ich weiß. Ich habe übrigens mal das Original Pong tatsächlich gespielt. Das haben wir aber gestern. Also kleiner Barry. Dicht-Tennis. Ne, also das Original erste Pong habe ich tatsächlich mal gespielt. Das Original erste Pong ist Dicht-Tennis. Ja, genau. Nein, das Original erste Videospiel-Pong habe ich mal gespielt. Ah. Denn der Barry hatte in der Grundschule einen Freund, der aus Südkorea kam. Oho. Und die Mutter hatte eine für damals nicht erkennbare Konsole. Okay. Was war es? Ich glaube ein Atari irgendwas, keine Ahnung. Atari, genau, ja. Und boah, das hat sich so scheiße gesteuert. Ey, wie hast du gesagt, ihr wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ihr habt in der ersten Runde Dicht bei den Pilz bekommen? Natürlich. Ihr elenden Cheater. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier spielen. Ich habe gestern Pong gespielt und jetzt spielen wir dieses komische Ding, wo man sogar Figuren erkennen kann. Ist das hier nichts zu tun? Ich dachte auch, das wäre es zu tun, aber... Was ist das zu tun? Ja, weiß ich auch nicht. Das wird erst noch erfunden. So ein Ballerspiel, oder? So ein 30-Jahr. So ein 30-Jahr. Zellers, erzähl doch mal. Du hast doch noch mal einen Jaller gespielt. Ja. Ganz, ganz okay eigentlich. Was jetzt einen Monat verschoben würde übrigens. Angeblich wegen Corona, aber das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das war wegen dieser Testphase. Vielleicht war es auch scheiße. Ich vermute auch, ja. Weil die Testphase, wo wir gespielt haben, war scheiße. Ja. Wir konnten 20 Minuten spielen von insgesamt einer Stunde. Ja. Und dann habe ich am Folgetag noch mal eine Gelegenheit gehabt, so 20 Minuten zu spielen. Das habe ich dann noch hochgeladen. Ich bin ein bisschen dahinter gestiegen, wie das funktioniert. Aber ganz genau kann ich dir noch nicht sagen, wie das mit diesem Schere-Stein-Papierzeug funktioniert. Also wo du da aufeinander triffst und Richtung gehen musst. Ich kann dir das erklären. Stein schlägt Schere. Ja, okay. Das ist die Meta. Schere schlägt Papier. Ja. Und jetzt kommt's. Papier. Nichts schlägt den Stein. Verliert immer. Genau. Und dann gibt's noch diese Menschen, die behaupten, es gibt einen Brunnen. Es gibt keinen Brunnen, fickt euch. Spock. Und Spock. Ja genau, Spock. Das ist ein anderes Spiel. Das war doch bei Big Bang Theory. Das war bei Big Bang Theory. Oh, wie hieß das da nochmal? Echse-Spock. Echse-Spock. Echse schlägt Spock und Stein schlägt Echse. Oh, das war so witzig. Spock-Kommission. Echse-Spock. 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 Habe ja auch gedacht. Und dann kommst du ja aber trotzdem, bis alle bereit gemacht haben, kommst du ja in diesen komischen To-Dojo Trainings-Bereich mit irgendeinem Gegner-Dummy sozusagen. Und das habe ich eigentlich gedacht, das wäre doch geil, wenn es vor dem Match making kommet, aber… �� aún… hm… fff. Leider nicht. Motor sagt nein. Ja, Hyrule. Ja, ist ruhig. Ich glaube, du hast bei Ninjala tatsächlich gar nicht so viel verpasst. Nee, ich glaube auch nicht. Celos hat mit seinen 20 Spielstunden bei Crash Team Racing und 10 Stunden Mario Melka keine Ahnung. Ja, ja, absolut. Hat das damit zu tun? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber die vergleichen es gerne an der Stelle. Habt ihr meine 400 Spielstunden in Cyberpunk 2 gesehen? Ja, habt ihr? Gut. Ne, habt ihr nicht. Gibt es zwei? Ja, es gibt zwei. Ja, scheiße. Von dem ersten kommt doch auch bald ein Remake, glaube ich, raus, ne? Das sieht doch richtig geil aus. Ja, was willst du? Post. Ach man, ich will aber, am wenigstens habe ich einen Rubin behalten. Der Rubin ist das Wichtigste. Es war ja im Brief drin, den wir geschickt haben. Die Strecke sind ja auch lange nicht mehr gefahren, kann das sein? Das sagst du jedes Mal bei irgendeiner Strecke, die wir ständig fahren. Aber ich muss auch sagen, die erinnere ich mich auch, dass ich die kaum noch gefahren habe in letzter Zeit. Boah, ich bin gerade ausgewichen hier wie so ein Sichlor? Feuerläufer. Wie so ein Assen. Wie so ein Sichlor mit Agilität, genau. So mit Agilität ist schon krass. Und dann noch Schwertanz und dann gebe ich noch einen Schlitzer, alter, da macht alles kaputt, ey. Socker, das kannst du gar nicht, ich habe das ausgestellt, die Zuschauer können wir eine Stunde gar nicht sehen. Außer... Es war in irgendeinem Video drin. Gibt's eine Seite, Regulus. Ich muss hier Smly abschließen. Boah, ich habe nichts getan. Ja, du hast doch nichts getan. Was habe ich getan? Ein Herz für Barry. Yay. Oh, oh. Banane. Einer hat ein Dings gemacht. Ach ja. Tetris 99. Hm. Aber was glaubt ihr denn, was jetzt noch? Achso, von Cell aus die 10 Stunden. Ja. Glaubt ihr denn, dass im zweiten Quartal jetzt noch irgendwas krasses rauskommt außer die Gerüchte Sachen mit Mario 3D-Spiele? Also wenn sie, wenn sie mal was krasses bringen sollen, dann sollen sie es bitte mit dem Metroid Crime machen. Ganz ehrlich. Also das wäre jetzt quasi noch der Retter für das Jahr, finde ich. Das haben sie vor, das haben sie vor zwei Jahren angekündigt, dass den vierten Teil, das sie dann rausbringen wollen, wie die Switch. Ja, den aber komplett neu entwickelt. Ja, ich weiß, aber... Der wird dieses Jahr nicht kaufen. Der wäre aber der Bringer. Das ist aber so unrealistisch. Ich kann euch sagen, was noch rauskommt. Irgendein Smash DLC. Ja, stimmt. Richtig. Da bin ich mir recht sicher. Wer weiß das eigentlich? Aus Information. Ich dachte, du bist hellseher. Oder hast du einen Onkel, der bei Nintendo arbeitet? Ne, ich bin schwarz sehr. Oh man, ich hätte nicht irgendwelche random items ab. Ich krieg die ganze Zeit durch diese fucking Robine. Die für nichts gut sind. Das ist doch geiles Geld. Danke Hero, du hast mein Renni versaut. Es ist das dritte Mal gewesen, dass ich von dem Blauen, der vorbeigefahren ist, einfach so getroffen wurde. Ja, damit hat's Mui die Meisterschaft gewonnen, ne? Glückwatsch. Da war's. Gar nicht wahr. Doch. Das hast du wirklich recht. 6 Punkte. Ne, keine Chance. Wann ist nicht 3 Rennen? Ja, es ist noch ein Rennen, aber ein Rennen ist noch. Hero ist 3 Punkte hinter Smui. Stammt. Ja. Kann auch gewinnen. Ja. Und ich bin auch noch ein Punkt hinter dir. Du kannst nicht mehr gewinnen. Kann aber auch noch an dir vorbeiziehen. Das stimmt. Ja eben. Aber nicht wenn solche ekelhaften Mario Kart Rennen wie ich grad bekommen hab. Äh, kommen. Also im Sinne von, gemario kartet werden. Das Leben ist hart. 84 Items haben wir bekommen, ja. Vor allem in Mario Kart. Also das Smash, da kann man wenigstens noch ein bisschen Einfluss nehmen. Aber bei Mario Kart, wenn der abgeschossen wird, wirst du abgeschossen. Ja. Ja. Das stimmt. Das ist äh. Amnest du ein Drip? Kann es Mario Kart Rennen? Das ist ein Smash mit Items. Das Mario Kart 8 ist nur ein Smash Mod mit Items und komischen Fahrmechanik. Ist das hier Luigi's Mansion, was wir grade spielen oder ist das immer noch Mario Kart? Das ist, ich glaub Luigi's Mansion. Bei Luigi Kart. Luigi Kart. Luigi Kart Mansion. War das nicht bei irgendeinem Mario... Anni, bei Mario Kart 8 war das glaub ich bei dem Original, dass er dann immer je nachdem welcher Fahrrad, da kam irgendeine andere Animation. Und wenn Luigi im Hauptmenü war, Luigi Kart! Ich mein, das war das, oder? Ja, stimmt. Boah, bei Mario 64 schon, was, was Luigi dann das gesagt hat? Ich mein, bei 64 war das immer nach... Welcome to Mario Kart! Da kam eben die Musik. Hm, das ist recht. Finde ich stimmen. Ich mein, das... Da gab's nix beschriebenes. Bei 8 haben sie alles losgelegt, bei jedem Charakter und was anderes. Bei Donkey Kong zum Beispiel... Hast du gut nachgemacht, Zerloff. Danke, danke. Bowser hat da nen ganz tiefen Spruch drauf. Kannst du auch das Bucho-Geräusch? Kannst du auch nen Delfin? Ne, kann ich nicht. Auf der Steckreif nicht, aber wenn du mir zwei Minuten Zeit nimmst, dann kann ich das bestimmt machen. Ja, ich geb dir zwei Minuten Zeit. Norden Internet Security führt derzeit Hintergrundarbeiten auf und das steht direkt auf dem Bild. Oh nein! Oh Gott. Jetzt ist es weg, du warst Leisten. Das ist... The Barry macht halt gefährliche Dinge hier. Ja. Die merken... Die merken, dass The Barry cheatet. Ja, das sind ja die Hintergrund... Ach Scheiß, das Rennen wäre vorbei. Fuck. Das sind ja die Hintergrundarbeiten. Oh Mann. Die checken das im Hintergrund so ein bisschen so... Ach, The Barry verstraff. Der spielt viel zu gut Smash und Mario Kart. Das kann nicht sein. Nein. Es gibt keinen Menschen, der bei beiden Spielen gut ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und der mag auch noch Super Mario Maker? Was? Kann jetzt aber wirklich nicht sein. Unfassbar, ne? Ja, ja. Ein Scheißspiel, ey. Nein, Mario Maker ist übelst geil. Nein, ich mein Mario Kart. Achso. Was ist schon wieder für Scheiße abgekommen hier? Keinen Vorfehler, vielleicht winzigen Vorfehler am gesamten Rennen. Nein, Barry wird auch wieder. Jetzt müsst ihr euch die Punkte so aufteilen, dass ich noch gewinne. Dann lache ich euch alle aus. Aber unwahrscheinlich. Warte, ich hole noch jemanden ein. Bei sieben Punkten Rückstand hat Smooy oder Hero gewonnen normalerweise. Der Hero hat nicht gewonnen, der ist gerade an der Ecke festgegangen oder am Ziel. Wir können ja die Punkte zusammenzählen, außer das von Barry und dann haben wir gewonnen. Bei Barry nicht. Ganz einfach. Oh. Einen Punkt. Oh, Smooy hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Smooy. Hast du das? Hast du das? Haben wir vorbeigezogen? Ja Mann. Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Gut. Tschüss.